Und zugeschaltet ist mir jetzt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität in Köln. Guten Morgen, Herr Jäger. Was ist denn von der Sondersitzung zu erwarten? Einen schönen guten Morgen, Herr Böker. Und es ist zu erwarten, dass es den üblichen Schlagabtausch gibt. Dass es eben die Befürworter einer Verteidigung Israels gibt, die von den Vereinigten Staaten angeführt werden. Und es wird ganz besonders interessant sein zu sehen, wie sich Russland und China hier positionieren. Ob sie versuchen, diese Situation zu nutzen, in den Staaten, die sie weit mehr interessieren als Israel selbst, anti-amerikanische Emotionen wieder dadurch anzufachen, dass sie hier eine etwas andere Haltung einnehmen und die Verurteilung dieses Terroranschlages blockieren. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Hamas, Herr Jäger. Was will die mit diesen Angriffen, die wir seit gestern Morgen ja hier sehen und über die wir berichten, was will sie damit erreichen? Nun, offiziell möchte sie Israel besiegen. Das ist natürlich überhaupt kein realistisches Ziel. Und daher kommt ja auch diese Fehlkalkulation. Denn die Hamas ist von den israelischen Diensten, die ja über ausgezeichnete Intelligence im Gaza verfügen, einfach politisch falsch eingeschätzt worden. Man ging nicht davon aus, dass diese Gewalt, die ja entsprechende Reaktionen jetzt hervorruft, ausgeübt wird. Aber die Hamas kämpft ums Überleben. Eine Zielrichtung ist eben, andere Staaten in der Region davon abzuhalten, die palästinensische Sache aufzugeben. Und da geht es insbesondere um Saudi-Arabien. Die Vereinigten Staaten verhandeln gerade mit Saudi-Arabien und Israel über eine Annäherung. Und das hätte dann eine enorme Wirkung. Und die Palästinenser sehen sich sozusagen als diejenigen, die dann vergessen werden, deren Angelegenheiten und Interessen hier nicht mehr beachtet werden. Das will man verhindern. Und zum anderen eben auch dem Sponsor der Hamas, Iran, zeigen, dass man zu sowas in der Lage ist. Denn dass eine derartige Aktion, ein so komplexer Terrorangriff, äußere Unterstützung gebraucht hat, das steht außer Frage. Der Iran hat sich dazu bekannt, diese Unterstützung gegeben zu haben. Und die Hamas hat erklärt, dass sie diese Unterstützung erhalten hat. Jetzt meldet Israel auch noch den Beschuss aus dem Libanon. Eine Meldung von 6.46 Uhr, also noch sehr aktuell. Eskaliert das jetzt vollkommen? Also das muss man sehen. In der Kalkulation von Hamas wäre das genau das, was es auslösen sollte. Die Hezbollah war wohl in diese ganzen Vorbereitungen nicht direkt involviert. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie nicht informiert war. Und Hamas wäre sicher daran interessiert, dass dieser erste Terrorangriff nun zu weiteren führt und möglicherweise auch Staaten sich hier engagieren. Die Hezbollah ist gut möglich, dass die entsprechende Aktion jetzt machen. Das müssen wir einfach abwarten. Dass sich Staaten in diesen Konflikt jetzt hineinziehen lassen, halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Gibt es in Deutschland Forderungen, die Hilfsgelder an Palästinenser zu überprüfen? Warum gibt es diese Hilfsgelder überhaupt und was würde es bringen, die einzustellen? Also auf der einen Seite gibt es sie, weil eben die humanitäre Situation in Gaza schwierig ist und weil es hier die entsprechende Unterstützung gibt. Und es gibt ja nun auch im politischen Raum, nicht nur in Deutschland, in Europa, in den Vereinigten Staaten, starke Unterstützer der palästinensischen Seite. Die Vorstellung allerdings, dass diese humanitäre Hilfe rein humanitär benutzt wird und nicht von dem Machthaber in Gaza, der Hamas, eben auch für andere Zwecke benutzt wird, die ist allerdings naiv. Und das würde nun eben hervorrufen, dass man genau schaut, wo das Geld wirklich landet, wenn man die Spur wirklich verfolgen kann. Es wird eine Auseinandersetzung jetzt hier darüber geben, die eingebunden ist in die generelle Frage, wie man sich in diesem Konflikt positioniert, wo man ja wie in anderen auch in der Außenpolitik die ganze Zeit versucht hat, sozusagen es beiden Seiten recht zu machen. Herr Professor Jäger, müssen wir eigentlich vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen Angst vor Anschlägen hier auch bei uns in Deutschland haben? Das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Die Netzwerke dieser Terrororganisationen sind ja nun weltweit. Und es geht jetzt darum, gerade wenn sich in den nächsten Tagen und Wochen die Situation in Israel dreht, und das wird zu erwarten sein, wenn die Situation in Israel wieder unter Kontrolle ist, wenn Israel seine Strategie, die Hamas zu zerschlagen, umsetzt, dann ist sehr gut möglich, dass das als Unterstützung von außen gesehen wird und dass man versucht, eben in anderen Staaten entsprechende Anschläge zu verüben. Das ist nicht ausgeschlossen. Und die Sicherheitsbehörden in diesen Staaten wissen das und werden entsprechend wachsam sein. Vielen an, vielen Dank. Vielen Dank.